Willkommen in der Meze Power League 2, wo es mit dem Ende hingeht, ja, mit dabei der Fangenheit natürlich. Wow, zwei Minuten. Mit dabei Lincoln City gegen Exeter City. Tschineli, mein Haberer, Alter. In der, in der, in der, in der, in der, in der Let's Play in FIFA 18. Ja, das war jetzt schnell. Ja, Exeter City einen Punkt vom Abstieg entfernt. Lincoln 3. Zurecht. Der hat den jetzt ganz schön umgeguckt. Weiter, das ist überhaupt, genau. Alter, war das jetzt Absicht? Oh, was? Dass du den so auslassen hast. Ja, Exeter macht Druck. Danke. Wir müssen schnell reagieren auf dieses schnelle Tor. Oh, ist ja schon ein Ball auf Tinelli, aber der zögert zu lang. Schönen Konter. Oh, das war kein Konter Schuss. Ja, aber das wäre es jetzt natürlich gewesen, so nachzulegen. Oh, das dreht er nicht mehr. Ja, Exeter City auch mit der schwächsten Offensive in der Liga bislang. Das zwei Tore erzielt. Das ist nicht viel natürlich. Schön durchgesetzt. Teller. Oh. Ups. Könnte auch Geld geben. So weit vorgelegt. Ja, gut gesehen. Ja, gut gesehen. So weit enfin. Mein Könnte sieht zu Beginn ja gleich die drei Punkte gegen gep usual. Wie last... Boah. Dieser Mann kann sich zu Beginn ja gleich die drei Punkte gegen den Winstess geholt. Ach, schade. Oh, da machst du jetzt Scherz, war das jetzt echt faul. War schon zuerst Ball gespielt. Ach, schade. Boah, Gott sei Dank. Schöner Pass. Eula. Oh, schieß. Eula. Das gibt's nicht. Das gibt's echt nicht. Die müssen wirklich zittern. Und hoffen. Habe ich am Anfang eigentlich nicht so geglaubt, nachdem wir beide mit diesen Mannschaften eigentlich gut eingespielt sind. Ja, wer wird kommen? Oh. 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 Schöner Hacken. Ja komm, rennen, 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 rennen. Puh, also darf ich jetzt nicht glauben, dass der noch drinnen bleibt. Unglaublich, hunderte Chancen, was Exeter City da braucht. Oh, left beam! Schön, keiner attackiert ihn, Uncalcedo! Ja, er ist an allen drei Treffern beteiligt gewesen. So ein zweites Tor, einen Assist hat er zu verboten. Ausgleich, ganz wichtig. Ja, verdient. Sie haben jetzt ordentlich gedrückt. Ah. Schön. was machst du schön Ah, das war nicht so schön. Ah, Exeter wills jetzt, man spürt's offensiv. Ja, alle stehen ganz hoch. Stehen alle in der gegnerischen Hälfte. Ja, das war schön. Ah, das gibt's wirklich nicht. Oh, das war jetzt zufällig sogar ein grüner Schuss. Das darf's nicht sein. Ach, das ist sehr ärgerlich jetzt gewesen. Ja, gerade eigentlich in der Stumm und Trank Phase von Exeter. Oh, schön. Gute Antwort. Ja, das was mir und denen sehr gefällt, die Kämpfen. Wirklich bis zur Linie. Erst wenn er bald draußen ist, dann ist er draußen. Ja. Wir machen das den jetzt sehr entscheidend. Sonst der den noch abfängt, der Außenverleidiger. Ich finde auch, dass wir einen sehr guten Goli haben. Ja. Das stimmt. Er hat mich bis in die Vormerliebe gebetet. Das gibt's wirklich nichts. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Nein, ich hab wirklich ein bisschen geschissen. Nein. Drei wirklich geschissene Tore bekommen jetzt. Oha aber. Nicht, dass es Nudeltore waren eigentlich. Naja. Pfff. Uuuh. Abstaubert da ich halt. Die machst du normalerweise immer du. Naja, aber unglücklich so zum Barrieren zu kommen. Abstaubert da. Da gibt es keine Karten mehr eigentlich. Wir haben jetzt die Mauer. Ich glaube nicht beim ersten Mal. Ich kann jetzt nicht nur noch vorbewegen. Das gibt es nicht. Leute, was gibt es noch? Ja, muss er geben. Ich weiß nicht, was es nicht mehr gibt. Scheiße, das... Knappe Partierer. Knappe. Tiefklicks, Exeter muss wirklich ums Überleben fangen. Ehrlich. Ja, dritte Minute. Abstabber. Genau, das ging das Tor Salens. Das passiert. Ah ja, Hohenbohen. Das Tor. Na ja, das Glück, dass er noch mal kriegt. Genau. Das war auch super. Aber das war zuerst Ball gespielt. Und er hat den Ball angenommen und dann hat er auch den Spieler gefolgt. Close Line. Das war schön noch. Ja, da hat der Kahn attackiert. Da habe ich Zeit gehabt zum Schießen. Ich habe perfekt ins Gott. Du hast ihn so attackiert, dass der Ball genau noch mal zu ihm gekommen ist. Genau. Das war auch schön. Schönes Solo. Viel wichtiger, wenn er den Ball noch mal ranbracht hat, dann hat er noch gesehen. Auf ihn. Oh, das ist die Abwehrfehler und er ist zu Ball gekommen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, Papa.